Karikaturen werden manchmal als optisches Juckpulver bezeichnet. Sie kriechen dem Betrachter unter die Jacke, rücken ihm auf die Pelle. Politische oder soziale Themen fasst man gerne so an. Ungewöhnlich sind jedoch Karikaturen zur Ökumene, oder manchmal auch nicht Ökumene, zwischen den beiden großen Kirchen. In Bad Winsheim gibt es derzeit genau dazu eine Ausstellung. Stefan Hoffmann hat sie sich angesehen. Ach du lieber Gott, dieser Stoßseufzer ist das Motto der Karikaturenausstellung zur Kirche und Ökumene. Und zwar nicht, weil die Karikaturen schlecht wären, sondern weil man sich unwillkürlich des Öfteren fragt, warum es diese Trennung noch gibt zwischen evangelisch und katholisch und warum die Ökumene immer wieder als Eiertanz wahrgenommen wird. Klar, das ist kein einfaches Unterfangen aufeinander zuzugehen nach bald einem halben Jahrtausend der Spaltung. Doch wird man manchmal den Eindruck nicht los, als sei die Schärfe der Trennung einem Starrsinn auf beiden Seiten geschuldet. Ein dankbares Thema für die spitze Feder der Zeichner. Vielleicht nehmen wir es viel zu ernst. Und dann ist es doch ein gutes Mittel, auch nochmal anders an das Thema heranzugehen. Es etwas humorvoller zu betrachten, etwas lockerer zu nehmen. Und vielleicht bricht dann auch so manche Verkrampftheit, die in dem Thema ja auch drin ist, auf. Also ich denke Humor und das Lachen, nicht boshaft übereinander, sondern miteinander. Manches auf die Schippe nehmen, nicht alles so ernst nehmen. Das ist doch etwas, was unserer christlichen Botschaft sehr entspricht. Diese Botschaft ist der Treibstoff des Christentums, möchte man zumindest meinen. Allerdings findet der Gründer nicht immer Gehör, was damit zusammenhängen könnte, dass manche derer, die ihn verkündigen sollen, lieber sich selbst in den Mittelpunkt rücken. Um das zu begründen, so der Verdacht der Karikaturisten, grenzt man sich hochtheologisch voneinander ab. Mit allerdings offenbar überschaubarem Erfolg. Ich glaube, die Leute nehmen das nicht mehr wahr. Wir haben einige Karikaturen hier, wo sich die Funktionäre streiten und das Kirchenvolk dieses schon längst überholt hat. Also die Leute unterscheiden da nicht mehr zwischen evangelischer Kirche oder katholischer Kirche, sondern sie sehen Kirche als Ganzes und die Karikaturen bringen diese Spannung einfach zum Vorschein. Dass die Ausstellung in Bad Winsheim im altehrwürdigen Gemäuer des Museumskirche in Franken, einem ehemaligen Gotteshaus, also gezeigt wird, macht die Präsentation der Bilder kontrastreich und verleiht ihnen zusätzliche Energie. Wir haben hier evangelische Frömmigkeit, durchaus im historischen Kontext. Aber wir schauen immer bei unseren Ausstellungen, dass wir den Bezug zur Gegenwart halten. Weil unsere Besucher kommen ja auch aus der Gegenwart und da haben sie dann auch immer so eine Verortung, wo sie selber sind, weiter nachzudenken. Und bei der jetzigen Ausstellung ist es ja ganz mitten im Leben. Mitten im Leben? Das klingt erstmal überraschend. Denn allzu richtig trendy erscheint die Frage nach der Ökumene zunächst einmal nicht. Aber dieser Eindruck täuscht womöglich. Als wir die Ausstellung aufgebaut haben, sind Besucher hier gewesen und haben sofort die Bilder angesehen, obwohl die Ausstellung noch nicht fertig war und sind ins Gespräch gekommen und haben mit mir angefangen zu diskutieren über die Themen. Zuspitzen, aufspießen, karikieren. Die Ökumene hält das aus. Und braucht es vielleicht sogar, damit es weitergehen kann. Ich denke, dass man viele Dinge nicht nur todernst sehen darf und soll, sondern dass auch Humor oder auch mal Lockerheit und Freude über manche Verbissenheit und Verkrampftheit hinweghilft. Und das ist ganz wichtig, dass man eben manche Probleme auch die Ökumene nicht nur todernst sieht, sondern auch mal auch menschlich und ganz auch mal locker und dadurch sich manche Verkrampfungen lösen können. Die Ausstellung Ach du lieber Gott ist bis zum 20. Juli im Museum Kirche in Franken in Bad Winsheim zu sehen. Und das ist ganz wichtig. Und das ist ganz wichtig.